So, da sind wir wieder, ne? Am Start. Und ja, wir haben hier ein Quest. Wir sind jetzt da im Tal der Verwesung angekommen mittlerweile schon. Und wir wollten eigentlich so weiter, wollte ich gar nicht noch. Was hat sich so ergeben? Erst können wir mal was essen. Lecker, lecker. Nom 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 nom. Schauen wir mal, was da was für Aufgaben jetzt auf uns zukommen, ne? Okay, dann haben wir ein Gäste. Wir haben hier ein Großgiros. Jage einen Ratu-Bahn. Okay, können wir Leuchtfeuer absetzen? Nee, leider noch nicht. Leucht, Leucht. Naja, müssen wir etwas erforschen. Was ist die Map ungefähr? Okay, die X-App bedeuten. Okay. Na. Moosschwein. Habe ich alles, naja, alle Symbole angeblendet. Hm. Ja. Dann schauen wir mal los. Leuchtkäfer haben da schon was. Spurenkäfer. Schon Spur aufgenommen. Ich bin gespannt, wie das Vieh aussehen wird. Und der Käfer. Kraftkraut. Okay, werden wir. Loslegen, richtig. Ich habe noch einen mega Nährstoffe. Höhen hochpushen. Und. Trank. Nee. Eigentlich mega Trank ausgewählt haben. Der andere als Reserve. So, was gibt es hier Schönes? Steine. Bitterkäfer. Knochen. Brauchen wir auch. Hm. Das abklappen. Wir nehmen ja alles mit, ne? So ist es ja nicht. Na, 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 na. So. Ah. Wir kommen nur zur anderen Ebene. Schauen wir. Ja, schauen wir mal zur anderen Ebene. Oi. Was war das jetzt? Oh, Alter. Der hat uns voll versammelt. Ah, Junge, 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 Junge. Ist der aggressiv? Wir gehen mal weiter. Wir schauen uns den nächsten Mal an. Wenn wir zurück sind. Von unserer kleinen Natur. Da. Schön alles untersuchen. Oh, altes Fossil. Okay. Sind schon mal gut. Können wir vielleicht neue Gerüstungsgegenstände? Freigeschalten. Graben. Hm. Wir machen auch beim Fangen und durch. Hier geht's nach unten. Hier noch gar nicht mehr. So. Efeu. Ähm. Ich glaube, wir müssen gleich mal den Jagen anfangen. Weil wir haben doch ein bisschen Zeitdruck. Ich hoffe, ich schaffe den auch. In der Zeit. Aber wir müssen auch den anderen ersichten. Da ist er. Egal. Truff, ne? Was schon heißt. So. Wir machen uns wieder. Alle lebt, ne? Nee, 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 nee. Überroll uns gleich. Oh Gott. So. Da war's. Okay, von. Die stacken. Warum nicht dringend? Erik. Aber was? Warte, ja. So. So. Ich glaub ich's haben... Und... So... Und das geht's... Au! Und das... Weiß ich was für Schwachstellen der hat, wegen uns dabei zum Werfen... da giving 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 es ist es ja sehr sehr ja schnell gelaufen das sind Ich bin gerne in der Gute. Au, au, au. Ich glaube die erste Phase haben wir gar nicht geschafft. Du hast ja... Ah, das war'n geht nicht nur so leicht, ne? Ah, okay. Das denkt mir nicht. Aber was fallen das noch? Materialen? Spüren? Schnell, schnell. Wo ist er? Hier. So. Hoppala. Hier. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so, ich bin der Fall. Ach so. Okay, noch, da ist die Horde nicht. Ach so. Verdammt. Oh, den kriegen wir schon klein. Oh! Gott. Jedes Mal, wenn ich einen Teil höre. Ich muss nicht spielen, muss ich nicht. Schlau. Wahrscheinlich. Ah, komm schon. Ah, jetzt haut er ab. Okay, genug von uns. Sollen wir da lesben nehmen. Wir suchen ihn. Markieren wir ihn? Da ist er. Ja. Legt sich wohl schlafen oder so. Keine Ahnung. Ah, hier ist auch nichts besonderes. Bitterkäfer. Knochen. So. Auf geht's. Schöne Schwärten lesen. Schnüffelt. Schnüffelt. Schnüffel, 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 schnüffel. Da haben wir eine Spur, den will ich haben. Komm her, Mikesch. Wir müssen den Monster klappen. Da ist er. Wird schon wieder erwappt. Wird sein. Wird sein. Wird sein. Wird sein. Special Attack. Ich möchte gar Knochen aufnehmen. Hier ist schon wieder ein bisschen gefuttert bei uns. Wird. Also jetzt sehe ich quasi auch nicht viel. Wird da. Wird schon ein bisschen gefuttert. Wird so viel. Wird da. Wird schon wieder mitgedacht. Wird schon wieder mitgedacht. Das ist sehr gut. Das ist sehr hilfreich. Ich glaube, ich bin jetzt mit dem Zerb. Merkt noch richtig. Das ist der Platz. Ich bin richtig mit dem Zerb. Ich bin richtig mit dem Zerb. Sehr schön. Ich bin richtig mit der Held. Ich bin wirklich mit deinem Special. Das ist ein Special. Der Special. Das bedeutet unser Held. na und er gefällt das ist so fresh aus nicht gerechnet er will es auch unbedingt wissen jetzt noch mal zurück er vertreibt sich zwischengegangen werden Zur Waffe ist auch ziemlich mit Leidenschaft geraten. Schnellwitzen. Klick, klack. So. Spur aufgenommen noch. Hoppala. So. Jetzt macht es nicht mehr so lang, oder? Ja. Du musst ja unbedingt wieder schreien, ne? Au. Und dann können wir Spuren suchen inzwischen, ne? Wenn er weg ist. Wenn er glitzert, was schön ist. Material. Sehr schön. Hm. Wir haben hier alles, ne? Ja. Ja. Oh, wie ist er denn? Busch-Spuren. Ja, morgen geht es wieder dann weiter, wahrscheinlich mit dem Styrian Hedgeup. Machen wir uns ja Let's Bay together wieder. Wollte ich nur sagen. Wird wieder recht witzig werden. Letzte Mal, ne? Haben wir eine viereinhalb Stunden oder vier Stunden, 30 Minuten circa, aufgenommen. Richtig spontane Aktion gewesen. War gar nicht geplant. War echt witzig auch. Also, das wird er ja gleich sehen nachher, nach dem Bad. So, das nehmen wir noch schön mit. Wie gesagt, die Barz sind circa 40 Minuten lang. Sind etwas länger geschnitten. Dass die Folgen nicht so lang werden. Halt, äh, die Abstände halt, ne? Sind circa, ja, vier, fünf Barz, was ich hochgeschnitten hab, ne? Hochgeschnitten hab. Ja. Mit der Zeit wird es schon besser, glaube ich, ne? Hm. Facebook-Seite bin ich auch an, gerade am machen. Ich mache halt, ähm, wieder reaktivieren. Und die ist ziemlich akschneidig. Weil damals habe ich ein bisschen mehr Musik gemacht. Ich muss mal schauen, wenn ich wieder dazukomme. So. Vorbereiten schön. Hier rein und dann schön. So. Und schnell her, schön. Dann haben wir schön reingegeben. So ist es schon. Oh. Das hat er mir wieder nie gegeben. Ich bin gespannt, wie das so ein bisschen passen. Das ist ein Space-Winig. Oh. Heute habe ich wieder gesehen. Face-Kern. Hier wieder. Mach ich gerne irgendwie irgendwie, ne? ich habe mich erwischt ich habe mich erwischt ich muss uns rinken und rinken schnell und da kommen komm 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 weg da so jetzt geht es weiter her komm her komm 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 das ist so ärgerlich immer hoppala jetzt wird er wieder ab, jetzt hat er noch alles raus ne, jetzt ist er wieder schmau oder so so jetzt kriegst das das ist so knapp, klatsch klatsch oh man trinken, trinken, trinken jetzt gehts wieder los zack zack stimmt und wischt ja 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 betäubung ist das ok betäubungsgas 203 braucht gut zu wissen eh die schnell 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 schreit doch nicht herum mhm das ist mein christian wieviel sind da schon am anfang, das ist das nächste Neue, freshe, Rüstungs-Teile. Arena-Kampf habe ich ja auch schon probiert. Aber steigen jetzt noch richtig ganz durch. Das funktioniert. Anscheinend gibt man ja nicht seine Münzen oder so. Das müssen wir wieder sammeln. Dann gibt es mir Spezial-Rüstungs-Teile-Sets. Ist er gefangen? Haben wir es geschafft? Oder auch nicht? Wir haben es geschafft. Geil. Schnell looten. B. Was für ein Ritt. Was ist da? Müssen wir schnell den anderen finden. Was ist da? Verdammt. Blöden Käfer oder was? Sie stören, super. Wir haben jetzt eine Ruhe zum Blunden. Stehen wir mittendrin. Ich mag. Panzer. Okay. Knochenhaufen. Okay. Nehmen wir auch mit. Alles mitnehmen. Und dann gehen wir schnell schärfen. Und dann suchen wir einen anderen Typen noch schnell. Aufwärts geht es schnell. Schärfen. Mal gucken, wo waren wir jetzt noch nicht. Hier entlang wahrscheinlich. Markier mal hier. Dann springen wir von dort runder. Das ist doch am besten, ne? Die Idee. Oh. Oder auch nicht. Geht das hier? Nein. Okay. Sind sie hier. Geht's hier lang? So. Unter. Mhm. Eine schöne Rutschpartie. Ist das das Miasma? Vorsicht. Nicht anfassen. Das ist ja auch irgendein Vieh. Das wurde getötet. Ja. Okay. Okay. Da wurde ein Vieh gelegt. Und zum unseren Glück. Sehr gut. Hoppala. Ja. Dieser Ort ist voll von diesen Schlafen. Atme ihn nicht ein. Sonst ist nicht deine Gesundheit. Man sieht die Lästung. Ey! Ja! Das Flugvieh! So! Das ist klar, wenn ich jetzt da komme Verdammt! Auch ein Megatrag! Legendäre Kadaver! So! Schnell den Wötzen! Mann ist das viel lästig! Echte! Okay, laufen einfach weiter! Ah! So! Ah! Die Monik waren wir noch nicht! Gibt es noch weiter runter? Ne! Natürlich gar nicht weiter runter! Oder? Ja! Schauen wir mal da runter! Ohne! Hm, 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 hm! Eih! Irgendwas ist dran? Wir gucken! haben wir uns entdeckt wie wärs wenn wir zur forschungsbasis zurückgehen und eine pause einlegen für die forschungsbasis zurück das machen wir gleich wir sind uns sicher am ort befinden gleich so und da hier das möge mit mittropilz das hier noch was ist denn da das ist mittropilz was ist mit ihr okay wir sind hier rechts rüber und dann schon den x das ist unser plan so 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 weiter vordringen was mir sagen wird zunehmend giftiger aber das wird doch kein problem sein oder einfach bescheid wenn du bereit bist bereite dich gründlich auf die reise ins tal der verwesung vor sind wir erst dort gibt es keinen weg zurück okay ich würde sagen das war es mal von mir ich bin reuss bis zum nächsten mal hoffentlich mit dem styro the hatcher